Heute möchte ich mit euch über einige Verben sprechen, die etwas Ähnliches beschreiben. Es geht um die Verben berühren, streichen, streicheln, streifen, anfassen und greifen. Diese Verben beschreiben alle, dass man mit seinen Händen oder seinem Körper Kontakt zu jemandem oder etwas herstellt, aber es gibt wichtige Unterschiede und die schauen wir uns jetzt an. Mit dem Verb berühren beschreiben wir einen leichten Kontakt mit der Hand oder einem anderen Körperteil. Ich berühre meine Hand, damit beschreibe ich diese Bewegung. Ich lege meine Finger vorsichtig auf meine Hand und stelle Kontakt her. Oder hier, sie berührt das Blatt mit ihrem Finger. Hier haben wir auch so eine vorsichtige Bewegung. Sie nimmt mit dem Finger Kontakt zu der Pflanze auf. Oder auch, sie berührte ihren Vater leicht am Arm, um ihn aufzuwecken. Berühren beschreibt also einen leichten, nicht-intensiven Kontakt. Und dieser Kontakt ist nicht immer absichtlich. Ich kann jemanden auch aus Versehen berühren. Zum Beispiel, wenn ich durch einen vollen Zug laufe und dann mit meinem Bein das Bein einer anderen Person berühre. Das mache ich nicht mit Absicht. Wenn man mit der Hand etwas berührt und gleichzeitig so eine gleitende Bewegung macht, dann streicht man über etwas. Ich streiche über meine Hand. Damit beschreibe ich das hier. Ich berühre meine Hand und mache dabei eine gleichmäßige Bewegung in eine Richtung. Oder sie strich mit ihrer Hand über den Waldboden. Sie berührte den Waldboden also und bewegte ihre Hand dann noch sanft weiter über den Boden. Wir können auch sagen, sie streicht über die Tischdecke. Oder sie hat die Tischdecke glatt gestrichen. Sie macht also so eine gleitende Bewegung, um die Tischdecke glatt zu machen. Wichtig, streichen beschreibt normalerweise eine Bewegung, die man mit Absicht macht. Und man streicht normalerweise mit der Hand, nicht mit einem anderen Körperteil. Das Verb streifen kann auch bedeuten, dass man jemanden oder etwas leicht berührt, auch mit einer leichten, gleitenden Bewegung. Aber man macht es meistens nicht mit der Hand und man macht es meistens aus Versehen, nicht mit Absicht. Hier zum Beispiel. Ich habe ihn beim Vorbeigehen an der Schulter gestreift. Das bedeutet, ich bin an ihm vorbeigegangen und habe in dieser Bewegung aus Versehen Kontakt mit seiner Schulter gehabt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe beim Vorbeigehen über seine Schulter gestrichen, dann beschreibt das etwas ganz anderes. Dann habe ich mit Absicht mit meiner Hand so seine Schulter berührt. Eine ganz andere Situation also. Hier ist noch ein Beispiel. Ich habe beim Ausparken ein anderes Auto gestreift. Das bedeutet, als ich mit meinem Auto vom Parkplatz runtergefahren bin, habe ich mit meinem Auto aus Versehen ein anderes Auto berührt und bin daran entlang gefahren. Ganz leicht nur. Hier seht ihr, dass man nicht nur mit seinem Körper etwas streifen kann, sondern auch mit Gegenständen. Jetzt fragt ihr vielleicht, was ist denn mit dem Verb streicheln? Das klingt ja fast genauso wie streichen und streifen. Ja, streicheln beschreibt auch eine leichte, gleitende Bewegung mit der Hand. Das Besondere bei dem Verb streicheln ist aber erstens, dass man nur Menschen und Tiere streicheln kann. Nur in ganz seltenen Fällen benutzt man streicheln auch bei Gegenständen. Und zweitens beschreibt man mit streicheln nicht nur eine Bewegung. Wenn man jemanden streichelt, dann zeigt man ihm, dass man ihn oder sie mag. Da ist also sehr oft noch eine emotionale Bedeutung dahinter. Hier ist mal ein Beispiel. Mit streichen beschreibe ich ganz neutral diese Bewegung mit der Hand. Aber wenn ich sage, ich streichle den Hund, dann beschreibe ich mehr als nur die Bewegung. Ich mag den Hund. Ich möchte dem Hund etwas Gutes tun. Ich möchte, dass der Hund sich gut fühlt, deshalb streichle ich ihn. Wenn du Mitglied bei Deutsch mit Rieke bist, kannst du die Verben aus diesem Video mit Aufgaben und Quizfragen üben. Und nicht nur das, du bekommst Quizfragen zu allen meinen Videos, die Skripte zu allen Videos und du kannst meine Videos als Podcast abonnieren. Mehr Informationen zur Mitgliedschaft findest du hier oben und in der Videobeschreibung. Schauen wir uns jetzt mal das Verb anfassen an. Der Unterschied zwischen berühren und anfassen ist einfach gesagt der hier. Ich berühre meinen Arm, ist ein leichter Kontakt mit der Hand oder auch nur mit den Fingern. Ich fasse meinen Arm an, ist das hier. Ein Kontakt mit der ganzen Hand, der nicht so leicht und sanft ist. Anfassen ist also auch eine Bewegung, die man immer mit der Hand macht. Diese Bewegung ist immer absichtlich. Ich kann etwas zufällig berühren, aber ich kann etwas nicht zufällig anfassen. Wenn ich etwas anfasse, habe ich immer ein Ziel. Ich möchte irgendetwas machen mit der Sache, die ich anfasse. Vielleicht möchte ich etwas untersuchen oder wissen, wie sich etwas anfühlt. Zum Beispiel, dieser Stoff ist total weich. Hier, fass ihn mal an. Also hier, nimm mal den Stoff in die Hand und fühle, wie weich er ist. Oder stellt euch ein Kind vor, das neugierig ist und alles in die Hand nehmen und kennenlernen will. Vielleicht auch einen heißen Kochtopf. Dann kann man zu dem Kind sagen, fass den Topf nicht an, er ist heiß. Wir können auch sagen, darf ich den Hund mal anfassen? Das bedeutet dasselbe wie, darf ich den Hund mal streicheln? Wobei streicheln aber ein bisschen netter klingt. Man kann das Verb jemanden anfassen auch im Zusammenhang mit Menschen benutzen. Hier muss man allerdings etwas aufpassen, weil es eine unerwünschte, unangenehme Berührung beschreiben kann. Wenn man zum Beispiel zu jemandem sagt, fass mich nicht an, dann bedeutet das, komm mir nicht näher und berühre mich nicht mit deiner Hand. Bei Instagram hat mich jemand in diesem Zusammenhang noch nach dem Verb greifen gefragt. Greifen hat eine etwas andere Bedeutung als die bisherigen Verben aus diesem Video. Hier geht es nicht mehr nur um den bloßen Kontakt. Greifen beschreibt, dass man etwas in die Hand nimmt und festhält, so wie hier. Er griff ihre Hand. Das bedeutet, er nahm ihre Hand fest in seine Hand und hielt sie fest. Etwas greifen oder nach etwas greifen kann aber auch beschreiben, dass man den Arm ausstreckt und dann etwas fest in die Hand nimmt. Wir haben im Deutschen einige Verben mit greifen, zum Beispiel ergreifen, begreifen und zugreifen. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, schaut euch mal das Video an, das ich vor zwei Wochen veröffentlicht habe. Schreibt mir gerne, über welches Thema ihr als nächstes ein Video sehen möchtet. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Macht's gut!